Ne doch nicht, ja der jetzt aber Oder bleibt er im Busch, parkt im Busch Nein, wenn er zum Shop geht, wenn er zum Shop geht Wenn er zum Verkaufen geht, dann wird einer Ja, ich bin direkt daneben Ich kann ihn gleich sehen, wenn er aussteigt Mono geht aus Ich bin direkt neben dem Shop Ja, lass Tobi das machen Ist jetzt ausgestiegen Ja, ausgestiegen Komm jetzt zum Verkaufen Der hat keine Waffe Ist einer Richtig, wer geht zum Heli und blockiert den Oh mein Freund Ich hab den Heli in Sicht Ja, ich hab ihn auch in Sicht, ich rück aber auch langsam mal vor Ich geh zum Heli hin Ja gut, dann bleib ich doch hinten, wenn ihr jetzt alle zum Heli geht Ich geh raus auch Er hat auch nicht verkauft Ich geh auch noch Den nicht verkauft lassen Jaja Nein, ich will seine Drogen haben, die ich selber Ich will die selber verkaufen Tobi nicht schießen, nein, dass hinter euch bin ich hier Wenn nicht, dann bringt ihn einfach um Dann legen die auf dem Boden, wenn es ihn nicht gibt Ja, beim Heli Und die Stoßen vom Heli Sicher? Sicher Was ist das eigentlich, wenn man den Kopf schreibt? Junge, wir können dich auch einfach töten Und dann knacken wir deinen Heli Dann haben wir bisschen Stress mit denen So, wie er looted Ne, aber was ist dann? Kommen die dann wirklich, oder? Weil Drogen-Diele juckt die doch eigentlich nicht Äh, ist einer von euch direkt am Heli jetzt? Mit so einer grünen Mose? Ja, 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 ja Ich kann die Scheiße looten Äh, alle grünen sind Maiers eigentlich, ne? Also alle grünen Maiers Warum habt ihr den jetzt getötet? Ja, weil er... Nein, sagt er Er wollte die Drohung nicht rausgehen Er wollte nicht verkaufen Hat einer da irgendwie irgendwas zu beknacken dabei? Oh, die Drohung? Äh... Ja, ich hab, also ich hab welche Die sind nur 200 Meter entfernt Äh, 2 Kilometer entfernt oder so In meinem Haus Ja, bei mir ist das auch nicht weit bis zum Haus Ja, dann geht mal Geht mal direkt rein Und äh... Ja, wie viel hast denn im Haus? 1 Kilometer bis zum Haus Ich hab 7 oder 30 Stück, glaub ich Ja, komm, dann hol du doch welche Äh, pass auf Warte mal, da bleibt mal Der geht dann wieder, geht mal wieder auf Position Wer bist du? Stopp mal, wer ist das? Der grad zum Pickup läuft, oder? Der ist es Das bin ich, ja Startet von euch an den Heli Kommt ne Heli, kommt ne Heli Jungs geht mal wieder in die Hütten zurück Ja, ich hol schnell die Dietriche Aber jetzt geh hier neben den Drogen Du das auch aufs Konto erst bald Dann haben wir schon mal 50.000 sicher Jetzt aber nicht in den Shop gehen Äh, in den Shop In die Büsche gehen Ich hab ja irgendwo in die Gebäude rein Der Heli fliegt weiter, der fliegt weg Oder? Oder was? Der Heli bremst und landet oder so'n Shit Ich seh den gar nimmer Sven, du hast das Geld auf jeden Fall bekommen, oder? Ja Ich hab 45.000, ja 2.000 Dollar erbeutet, leck mich am Arsch Nein, wir haben 45.000 Dollar Ja, aber er hatte 2.000 Dollar dabei Ja richtig, aber ich hab die Drogen halt verkauft Die hab ich jetzt nur Sven Lee Meyer das Geld mitgegeben Ja Ja, wirst du wie geil das ist? Der Einsatzhalter von der Gang Also der unten 1,2,3 schon hat die ganzen Leute unten aufgelistet sind, ne? Und wenn der unten auf dem Num-Pad neben der 0 entfernen drückt, dieses Komma da, ne? Ja, dann hat er Techniker für you Ja, richtig geil Ja, darum hab ich gesehen, dass er wieder ausgestiegen ist und alles Alter, mega OP, ey Hä, wie geht das? Nur wenn du, wenn du Lieder bist Ja, nur wenn du, wenn du Lieder bist, also nicht was ist Lieder halt Nein, wenn du unten die Leiste hast Wer hat die bei uns? Es geht um den Arma 3 Lieder und nicht um den Anführer Früher ging's auch mit dem Anführer Es ist der, der zuerst gejoined ist, oder? Wie wird die Drogen, soll ich mitnehmen? Ich hab 27 Stück Ja, ich glaub der, der zuerst gejoined ist Nimm mal so ein paar Dutzend mit, äh, sonst kaufen ich neue Ne, ich hab auch noch theoretisch ein 20 in meinem Haus Ja, die Gänge biegt das auch in der Nähe Also, wie sieht's jetzt? Ich gammel hier jetzt grad in Zivikluft In Artiro Hey, gammel dich mal zum Drogen Dealer Ich hol dich ab, ich muss dich durch Artiro Warum in Zivikluft? Weil ich komplett tot bin gewesen Tot bin gewesen Warum denn? Ach, weil Heli blöd geparkt von mir Und weil dann Heli nicht richtig gestartet Und weil dann Heli in die Luft geflogen ist Ach so, ja, ja Ja, dann komm zum Markt, ich komm dann hin Boah, Alter, wir müssen unbedingt den Heli hier wegkriegen Ah Tobi, wo bist du denn ganz genau beim Drogendealer, denn ich bin links Kannst wir auch nur schnell bei der Heli-Garage wegbringen, dann... Ja, ich bin geschneller Dann hab ich mir nur schnell ein Heli Und dann flieg ich selbst zum Platzmarkt Oh Wer mit einem Artieren Orca steht Ohne Rotoren Ja, das ist das Auto Ein Auto, ja Aber mit der neuen Helikoptersteuerin kannst du sogar mit Helikoptern auf Straßen fahren Ja, okay Das wär schon, das war witzig Ja So ist das Ja gut, wenn wir dann die Heli-Schlüssel haben, dann haben wir eh gleich ein Heli zum nächsten Dealer Easy Und wir brauchen jetzt keine Sorgen drauf machen, wenn er drauf geht Steig ein Mui, hat die Taste gefunden Sammeln, nicht schießen, HALT Hab ich du die ganze Zeit was ausprobiert Ich bin der im roten Pick-Up Oh, ein hässlicher Wagen Ja, Tobi, reicht schon Aber Kurz noch, äh, dass ihr schießen könnt Oder könnt ihr schießen? Doch mal HALT 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 Koppel-Muppscht Die Fett-Muppscht 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 Wo ist die Bons? Körsi-Erkstung-Muppscht Kommt aus Westen Südwestern Ja, ist da Ja, ist da Ja, ist die Fett-Muppscht Sie zumindest so aus Los, los, los Was? Wer schießt da? Nur auf die Koppel-Muppscht Nur auf die Koppel-Muppscht Doch, grad gesagt, schieß ein bisschen Ich wechsle kurz Posi, damit die Die Spassnen Die kommt uns entgegen Und schneidet uns voll, ey Ja Ich glaub das Ist so, sei mal leise Opfer Ich glaub das mit Cam Kennen wir uns erst knicken Weil Wir erst andere Probleme haben werden Super und ich bin richtig geil positioniert Da kommt nur mal ein Offroder Was kommt? Ein Offroder In die Richtung Ja, ohne wird's Drogen-Dieler-Bekenntnis langweilig Ja, jetzt nicht mehr Warte mal ganz kurz ab Ja, wir haben grad ein Offroder Der ist grad unserem Feldweg entgegenkommen Gleich stehen hier ein paar Mal mehr Da ist mein Auto Da ist mein Auto Legt euch einfach nicht auf Sonst macht er weiter Legt mich ja nicht im Zeit-Junnel auf Ja, aber Andere haben das Vorher was geschieben Ja Wer ist da neben uns? Neben mir? Wahrscheinlich ich Jo Das heißt, du bewachst das Fenster Und ich schau auf die langen Seite Ja Sollt ihr alle Uff, dahinten kommt was gelaufen Übers Feld Der ist nackt Also der hat nix dabei Oh oh Roller, hol ihn um Wie heißt der? Keine Ahnung, ich bin schon weit weg, Alter Ich seh das nur Gott Habt ihr mich hinten auch im Sicht An einem Felsen Richtung Kavala Das stimmt Das ist bestimmt der eine Zivilist Oh der will sein Heli Dankeschön Hast du mich grad rausgekriegt? Pass auf, nicht dass er sein Heli holt Kann er doch nicht, er hat doch keinen Schlüssel Ach Türi, wenn er stirbt hat er den Schlüssel Wer den holt, dann kann ich ihn ab Darf aber eigentlich auch Darf aber eigentlich auch Das ist kein Roleplay War der nicht fuchten, was? Lass es da wieder, lass es crazy gehen Ja, aber lass ihn sein Ohr nehmen und er soll abhauen Nein, wir wollen ihn nicht hier haben Bilder von mir Immer bin ich da betroffen, immer ich, immer ich Du hast noch mal nie geschlagen Ja Du hast noch mal nie geschlagen? Heli ja nicht hier packen Ja, haben wir noch mal das Ich bin so gut wieder Ich bin so gut wieder Und aufroder Heli, Heli Und ein Heli kommt denn noch Der Heli ist von uns Das Ben Boah, Alter, ich dachte, jetzt kommt so eine Kavalerie von den Cops Aufroder vorbeigefahren Ben, guck das so bei mir in der Nähe irgendwo land Also wie ich landest, aber Du weißt so, dass ich jetzt erst mal zum Schwarzmarkt fliege Achso, ja Äh, der, der Da kommt gerade ein Truck noch Oh, der hat sich schon schon gesehen Alter, wenn jetzt die Cops kommen würden, die denken sich doch auch so, was das für ein Massenauflauf beim Drogendeal Der hat sich hinter dem Holz versteckt und ich habe durch das Holz einen Kopf getroffen Äh, ich höre hier irgendwas Ja, da ist ein Truck und ein Offroad Hat bei euch gerade was abgeschlossen? Ich will, ich knack jetzt den Offer Ein Hammett kommt auf euch zu, ein Hammett Der fährt gerade an der, äh Der kommt, der ist gerade an der Stadt in dem Dorf da neben euch Ich sehe ihn Ja, ja, okay Ich habe Sicht auf den Drogendealer Und muss da verfolgen die Verbindung Der wird jetzt farmen, der wird jetzt, der hat den gerade ausgetragen wahrscheinlich Ich weiß es nicht Äh, Glück habe nicht Ja, ist er weg Jetzt wartet, 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 wartet Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Du lebst noch? Ja, ich lebe noch Wunderbar Ich habe zwar nur eine grüne Kette, die nicht geschlossen ist rechts unten, aber egal, ich lebe noch Ich habe einen Schlüssel für den Orca Okay Perfekt, schau, schau was da drin ist und verkauf den Scheiß Naja, neun Heroin nur noch Wer geht dann beim Heroin erlang? Ja, neun Heroin, das sind wieder Das sind wieder 50.000 Wie viel bringt den Heroin? Ne, hier in dem, in dem Ding bin ich, ne? Also links von dem Drogendealer, wenn du anschaust Ich bin in der roten Hütte, also Heroin bringt gerade nur 6.6, aber Ich habe einen Orca beim Schwarzmarkt Und Ja Und ein CV-Humming, ich wollte nur Bescheid sagen Das ist alles mögliche Konkurrenz, grad Ne Ich bring nochmal das Gehört eigentlich der Heli Achso, der Heli kann uns, ne? Der Roten Der Tobias Mhm Pst, pst, pst Offroad Da kommt was an, ne? Achso Ich bin nur ein Schlüssel weitergegen Ja, perfekt Alter, du hast mich grad so erschreckt unbekannt Eimer, du hast ein Schlüssel? Ich darfst aber frügen, ne? Ja, hab ich gesehen Gib mir mal weiter bei mir Wer läuft da am Sportplatz? Wer läuft da am Rand vom Sportplatz? Sportplatz? Aber ey Ihr kennt euch hier ja nicht aus, ne? Ich höre einen Hummingbird, ne? Ja Da ist auch was, ja Ja, ich höre ihn jetzt auch Das ist glaub ich hier die Cop-Hummingbird Ja, das ist ein Cop So weit wie ich es sehe Ja, ist Cop Der fliegt dabei Richtung Artira Die kann man nicht mal oben rausschauen, das ist ja gammelig Hinter euch parkt dich Richtung Artira im Feld, da fährt ein Hammett Oder sowas Ich find's richtig geil, dass es den Drogendealer hier wieder gibt, Mann Ja Weil ich fand den immer so als mega Premium Dealer, Mann Ich fand den Artira auf Drogendealer auch richtig cool Ich geb mal den Orca-Schlüssel an Tobias und an Greenskull Was welchen meinst du? Artira hier Und an der Küche gibt's den aber auch noch, ne? Also Jaja, aber Der und an der Küche waren echt cool Der und an der Küche waren echt cool Der und an der Küche waren auch cool Aber ich fand den hier, das hat für mich immer noch so'n Weiß, das war immer mal schon da So'n richtig So'n richtig geiles, altes Feeling ist das immer aus, Mann Weil ich meine, Bindi und Willi Hat den Schlüssel auch Ein Truck fährt da hinten lang Ja, der ist jetzt gleich neben mir Ihr solltet jetzt alle den Orca-Schlüssel haben Ja So, was ist mit der Seite der Regel? Ja, der regt sich gerade auf, warum ich ihn nochmal getötet habe Dann schreibe ich halt, das soll ins TS kommen, Mann Ich will... Ich will nur mein Heli wieder Äh, wie wärst du mit New Life Regeln, mein Freund? Richtig Dann sag ihm nur sein Heli Das ist unser Heli Dann schreibe ich in sein Heli, kann er sich in den Arsch schieben Ja, viele lesen die scheiß Regeln nicht Der Pickup, der kommt, das bin ich Der war alle Cup Wir haben 14 Cops auf dem Server Das geht ja noch Das ist ja sowieso so, dass wir jetzt nur noch, dass wir jetzt nur noch 16 Cops los sind Das ist ja alles schwierig Gott sei Dank, der Zeit lang hat es 24 gegeben Lass halt den Motor laufen, oder ist mein Heli? Hä? Lass halt den Motor laufen vom Pickup Ich weiß ja, der Pall noch läuft, keine Ahnung Der Pall noch läuft, keine Ahnung Der Pall noch läuft, warum? Ich park mal den Heli um, ne? Jo, mach das Jetzt fragt er mich, ob wir noch Mitglied brauchen Sag, wir suchen nur kompetente Leute Die die regeln können, schreib Leute Ja und Wir suchen nur Leute, die die regeln können Und wir suchen nur kompetente und regelkönnende Leute, oder irgendwie so Regelkonforme Leute Schreiben einfach, wir suchen geile Spastis Das ist natürlich auch eine Lösung Aber die ist normal nicht so geil Habt ihr das Zeug jetzt verkauft? Ja Würdest du einfach Nein Stürmer nichts 105.000 Die beste Idee Also ich habe jetzt nochmal 60.000 rausgelegt aus den 9 Und Mini hat mir 45 gegeben Ja, das war das, was ich gelootet habe Braucht du irgendwie essen und trinken? Wir können... Ich brauch zwar noch nichts, aber du könntest mir ruhig was geben Ich komm mit zu dir hinter Mal, ich weiß, was ich nie die Parkhalter Oh shit Das bräuchte ich auch, aber ich bin jetzt gerade vom Schwarzmarkt geworden Bleiben wir jetzt hier oder gehen wir nach woanders hin? Ich meine, wir bräuchten halt noch mehr Leute, dann wäre das voll witzig Ja, wir sind doch mega viele Ja, da können wir die Zentralbank effektiv ausrauben In ein paar Minuten ist der Drogele wieder weg Ja Dann können wir uns eigentlich gerne in Heli setzen und ein bisschen schauen wo Willi, gib mir mal Futter und Wasser, ich bin in der Nähe eigentlich Das ist die Option Ja, er schreibt mir, ich kann die Rettel befolgen, aber wenn ich Geld machen will, dann mach ich jetzt Nur, verkauf' ich bin in der Nähe, das ist das Ja, ich bin in der Nähe so stark Ach, du verdammten Ja, du verdammt mich, ich bin in der Nähe, du verdammt mich, ich bin in der Nähe Komm mit! Ja, ich geh zu dem Hedi. Ich merke schon hier. Weil, das ist der von Dings. Ja. Von Pilester, das wusste ich noch. Ey, ich lande direkt neben dir. Ich nimm ihn einfach mit. Alle drinnen? Ja. Positiv. Was wollen wir jetzt machen? Fangstippler. Wir holen mal die Routen ab, oder? Ich werd' dich bald immer noch ne Waffe nehmen. Richtig, da hinten ist der Rout of Roads. Wir sind, glaub ich, ziemlich gut abgezogen. Die Farm hat zu TPL. Ich pfleg' den Ort ein, ja. Äh, Red Sky, wir gehen wie auf gleicher Position wie vorhin, ne? Wo gehen wir denn hin? Ja, DPL. Bankauswort, Tankstelle aus, was? Ja, ja. Oh, Mann, Tankstelle, das ist's. Nein, das ist nicht langweilig, da kann ich nicht in den Kopf. Ja, aber da können wir auch gleich die anderen Dings machen, wie es ist. Unscheider. Ja, Kunststoffe, die für dich egal ist. Ja, lass es so erst mal nachmachen, und dann erst die DPL-P-11. Erst mal locker, würde ich sagen. Ja, so viele Leute muss man sagen. Ja, das ist richtig geil, lass Lacken machen. Lacken, lass Lacken machen. Lacken, lass Lacken, lass Lacken machen. Ja, Lacken, lass Lacken machen. Nein, muss ich nicht mitnehmen. Ne, 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 hier kommt grad ne Mohawk zum Dieter. Ja, egal. Oh, Razzia, 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 Razzia! Da kommt Kopini mit Besatzung dritt, äh, drauf. Echt jetzt? Ja, ich muss abpauen lassen. Ja, nur, ja, Glück gehabt. Ich muss abpauen lassen. Ich muss abpauen lassen. Ja, hau ab, hau ab, hau ab mit den Medien, bevor die MP. Da unten ist es stark. Achtung, Achtung, nicht landen, nicht landen. Und dann wieso? Ich hab doch nichts. Ich bin nur equipt. Okay, jetzt soll ich dich aufholen? Pass auf mit dem Baum links. Geländewagen. Äh, Sportlimbo, Limbo, oder was? Ne, 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 ne. Die fliegen genau parallel neben mir. Ja, wenn wir jetzt eine Bank ausrauben... Okay, warte, ich häng mich hinten dran. Wenn wir jetzt eine Tankstelle ausrauben, haben wir gleich einen dicken Mohawk neben uns stehen. Ja, und? Und? Der muss erst mal landen, weißt du, der muss erst mal landen. Lacker, würde ich sagen, danach können wir Todescore machen. Ja, klar. Sportlimbo. Kommt mal einfach mal. Na, du bist du derjenige, ne? Armingbird, der Neue. Ah, du musst auch kurz was zu trinken kaufen. Red. Ah, die wollen wir hier aber jetzt nicht machen, oder? Redske. Ne, lass die nicht wachen. Du bist ja Elie, ne? Ja. Ja, Armingbird. Ja, lass uns hinter dir. Ja, lass uns hinter dir. Das hat ja, glaub ich, keinen Zweck. Ne, ich flieg jetzt zu die P-11, oder nicht? Ich flieg dir hinterher, mir egal. Ja, oder Kunststofffabrik. Keine Ahnung, was denn voll ist. Der will unbedingt uns beitreten. Ja, dann schreib ihm, nein, wir kommunizieren nicht mit Spaß, dies. Ja, Tobi, ich hab dir mal die Steuerung beigegeben, was er geschrieben hat, bevor er sein Handy verkauft. Gib mal Gas, der Orca, bitte. Ich hab keine Lust, dass jetzt gerade die gleich die Sportlöme herkommt. Ich war eigentlich auf der Seite gestanden und wollte einsteigen und dann bin ich als Pilot rein. Sehr misterios. Der Hummingbird geht beim Eisenhändler runter, lol, warum? Eisenhändler kaufen. Lol, warum?